Marie und Koray gehen in die Stadtbücherei. Bilder von Johanna Wagner, Text von Thomas Merti. Marie und Koray sind die besten Freunde von der ganzen Welt. Zumindest finden das die beiden so. Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel und sie verbringen viel Zeit miteinander. Marie und Koray gehen zusammen in die Klasse 1b. Sie wohnen sogar im selben Haus, auf dem selben Stockwerk. Und nachmittags machen sie gemeinsam ihre Hausaufgaben und spielen sehr oft zusammen. Seit Neuestem dürfen Marie und Koray zweimal in der Woche nach der Schule zu Frau Ziegenherd gehen. Sie ist ihrer Nachbarin im Haus gegenüber. Frau Ziegenherd kocht dann immer ein leckeres Mittagessen und Marie und Koray dürfen mit den vielen Tieren von Frau Ziegenherd spielen. Mit den beiden Hunden gehen sie sogar alleine Gassi. Könnte es also irgendwo auf der Weidenwelt bessere Freunde geben als Marie und Koray? Heute Nachmittag ist Marie nach der Schule mit zu Koray nach Hause gegangen, weil Maries Mutter und Vater bis zum Abend arbeiten müssen. Zum Glück hat die Lehrerin nicht so viele Hausaufgaben aufgegeben, denn jetzt wollen Marie und Koray noch in die Stadtbücherei gehen. Korays Mutter und seine Schwester Nehia begleiten sie. Nehia will heute beim Leseclub der Stadtbücherei mitmachen. Das ist eine Veranstaltung für die Kinder ab der vierten Klasse. Dort wird schon aus den Büchern für die Großen vorgelesen und es werden schwierige Spiele gespielt und knifflige Sachen gebastelt. Nun müssen sich die vier allerdings beeilen, weil der Leseclub bereits in einer Viertelstunde anfängt. Marie hält eine Tasche vollgepackt mit Büchern und DVDs, die sie wieder in der Stadtbücherei abgeben will, in ihrer Hand. Auch Koray hat eine Tasche voll mit Büchern und CDs über seine Schulter gehängt. Nehia muss heute nur wenige Bücher zurückgeben. Weil sie als große Viertklässlerin schon allein in die Stadtbücherei gehen darf, ist Nehia ganz oft dort. Die Stadtbücherei liegt direkt auf ihrem Schulweg. Auch Korays Mutter hat ihre Bücher zum Abgeben dabei. In den Büchern geht es meistens um Herz und Schmerz und Koray ist das immer ein bisschen peinlich, wenn seine Mutter sich dieses Liebeszeugs ausleiht. Die vier wollen endlich aufbrechen, als Marie noch einmal in ihre Tasche schaut und dort die DVD-Hülle von Mia & Me sieht. Da bekommt sie plötzlich einen Schreck. Marie hat gestern Abend vergessen, die DVD-Scheibe aus dem DVD-Player herauszunehmen. Weil Maries Mutter gestern Abend noch schnell die Küche sauber machen wollte, durfte Marie ausnahmsweise noch die letzte Folge Mia & Me zu Ende schauen. Obwohl es schon ziemlich spät war. Danach sollte Marie aber sofort ins Bett gehen. Maries Mutter hatte aber etwas länger in der Küche zu tun. Und als dann die DVD zu Ende war, hat Marie einfach heimlich vom DVD-Player zum Fernseher umgeschaltet. Dort lief gerade so eine spannende Serie, vor der sich Marie eigentlich ein bisschen fürchtete. Nach einer Weile hörte Marie plötzlich, wie ihre Mutter aus der Küche herauskam. Blitzschnell hat Marie den Fernseher ausgeschaltet, ist zu ihrem Bett gesaust und hatte total vergessen, die Mia & Me DVD wieder aus dem DVD-Player herauszunehmen. Und deshalb hat Marie nun die leere DVD-Hülle in der Tasche. Marie ist ratlos. Sie kann doch nicht die leere DVD-Hülle in der Stadtbücherei abgeben. Darum wendet sich Marie an Corais Mutter. Frau Okur, ich habe meine DVD im DVD-Player vergessen. Diese Hülle hier ist leer. Corais Mutter merkt, dass Marie ein bisschen verzweifelt ist und ihr fällt zum Glück gleich eine gute Lösung ein. Wir haben doch einen Schlüssel für eure Wohnung. Ich schließe dir eure Wohnung auf und holt schnell die DVD aus dem Player heraus. Aber beeil dich. Gesagt, getan. Marie ist wieder froh und endlich können sie alle losgehen. Als die vier in der Stadtbücherei ankommen, läuften hier schnell zum Veranstaltungsraum. Der Leseclub hat zum Glück erst seit drei Minuten begonnen. Corais Mutter geht mit Marie und Corai zur Ausleihtheke, um alle Bücher und Scheiben abzugeben. Heute arbeitet dort Irina. Marie und Corai kennen Irina sehr gut. Sie zeigt in der Stadtbücherei für die Kindergartenkinder immer ein Bilderbuchkino, bei dem Marie und Corai früher auch oft waren. Aber jetzt sind Marie und Corai ja nicht mehr im Kindergarten und deshalb gehen sie einmal im Monat zur Vorlesestunde für die Schulkinder. Hallo Marie und Corai, begrüßt Irina sie. Was habt ihr mir denn heute Schönes mitgebracht? Corai, ganz Gentleman, lässt als erstes Marie ihre Bücher und Scheiben auf die Ausleihtheke legen. Ein bisschen rot im Gesicht wird Marie, als sie die Mia & Mi DVD auf den Tisch legt. Irina nimmt alle Sachen zu sich und scannt sie mit dem Scanner ab. Du hast alles, was du ausgeliehen hattest, wieder abgegeben, informiert Irina zum Schluss Marie. Dann legt Corai seine Bücher und CDs auf den Tisch. Irina scannt wieder alles ab. Korai, du hast noch Band 2 von Greggs Tagebüchern zu Hause, sagt Irina zu Korai. Gibt's Probleme? Nein, nein, es gibt keine Probleme, sagt Korais Mutter schnell, die hinter den beiden Kindern steht. Bitte verlängern Sie das Buch noch einmal, Korai liest es noch zu Ende. Korai und Irina schauen sich an und müssen schmunzeln, denn die beiden wissen natürlich, dass das Buch so heißt, gibt's Probleme. Jetzt reicht's, sagt Irina dann zu Korai und Korais Mutter bekommt große Augen. Wie bitte? fragt Korais Mutter etwas erstaunt und Korai muss laut loslachen. Aber Anne, so heißt doch das nächste Buch von Greggs Tagebüchern. Und Korai nimmt seine Mutter lachend in den Arm. Das Buch liegt für dich zum Ausleihen bereit, sagt Irina zu Korai. Du kannst es nachher mit nach Hause nehmen. Vielen Dank, antwortet Korai und er springt vor Freude in die Luft. Greggs Tagebücher sind nämlich Korais Lieblingsbücher. Obwohl die Bücher ja eigentlich für etwas ältere Kinder sind, kann Korai sie schon fast ganz alleine lesen. Seine große Schwester hat mit ihm nämlich zu Hause immer Schule gespielt und ihm schon alle Buchstaben beigebracht, als Korai noch in den Kindergarten ging. Als Korais Mutter dann ihre Bücher zur Rückgabe auf den Ausleittisch legen will, nimmt Korai Marie schnell an die Hand und zieht sie von dem Tisch weg. Ihm ist es peinlich, wenn Marie die Herzschmerzbücher seiner Mutter sieht. Wir gehen schon mal in die Kinderbücherei, ruft Korai noch kurz seiner Mutter zu, bevor er mit Marie zusammen von der Ausleihtheke wegläuft. Ja gut, aber rennt nicht und seid dort nicht zu laut, sagt Korais Mutter noch schnell den beiden Kindern hinterher. In der Kinderbücherei ist es sehr gemütlich. Es gibt dort weiche Sessel, kleine Stühle und Tische, ein paar Stofftiere, sogar Brettspiele und natürlich Millionen von Kinderbüchern. Also Marie und Korai glauben zumindest, dass es Millionen Kinderbücher sein müssen. Es sind so viele. Der Leseclub von Nehir dauert eine volle Stunde und Korais Mutter will sich in Ruhe neue Herzschmerzbücher zum Ausleihen aussuchen und in den neuesten Zeitschriften will sie auch noch lesen. Darum haben Marie und Korai nun ungestört jede Menge Zeit. In einem der weichen Sessel in der Kinderbücherei entdecken Marie und Korai Nabil. Nabil ist ihr Mitschüler aus der Klasse 1b. Neben ihm sitzt Nabils Mutter mit ihrem neuen Baby auf dem Arm. Nabils Eltern kommen aus Syrien. Als sie damals nach Deutschland kamen, war Nabil noch im Bauch seiner Mutter. Hallo Nabil, was machst du denn gerade? fragt Marie. Hallo, ich schaue mir ein Buch über ein Krankenhaus an. Wenn ich groß bin, werde ich Arzt und mache alle Menschen gesund, antwortet Nabil. Ich werde Pilot, sagt Korai. Fliegen macht Spaß. Im letzten Sommer sind wir zu meiner Oma in die Türkei geflogen. Das war klasse. Wir waren über den Wolken. Und ich werde Bundeskanzlerin, sagt Marie. Dann bin ich die Chefin von Deutschland und alle müssen machen, was ich will. Nö, ich nicht, protestiert Nabil. Naja, ich will ja nur gute Sachen, beschwichtigt Marie. Na, dann mache ich vielleicht doch, was du willst, sagt Nabil. Gibt es ein Buch über Bundeskanzlerin? fragt Korai. Lass uns mal dort im Regal gucken, schlägt Nabil vor. Dort war auch mein Buch über den Doktor und das Krankenhaus. Die drei Kinder gehen zu dem Buchregal und Korai liest vor, was auf dem Schild darüber steht. Berufe. Sofort schauen sie sich alle Bücher in dem Regal an. Bäcker, Malerin, Verkäufer, Polizistin, Elektriker, Automechanikerin, Tierpfleger, Computermensch. Aber es gibt kein Buch über Bundeskanzlerin. Hier ist doch kein Buch über einen Piloten, sagt Korai und er ist ein bisschen enttäuscht. Schaut mal, dort drüben ist Doro, die können wir ja mal fragen, sie kann uns bestimmt helfen, schlägt Marie vor. Doro arbeitet in der Stadtbücherei und Marie und Korai gehen einmal im Monat zu Doro in die Vorlesestunde. Darum kennen sie Doro sehr gut. Eigentlich heißt sie Dorothea Gellert, aber alle Kinder dürfen Doro zu ihr sagen. Hallo Doro, wie geht's? Wir suchen ein Buch über Piloten. Kannst du uns bitte helfen? fragt Korai. Und ein Buch über Bundeskanzlerin, sagt Marie noch schnell. Hallo ihr drei, begrüßt Doro die Kinder freundlich. Klar, kommt mal mit. Doro geht mit den Kindern zu den Regalen, in denen die Sachbücher stehen. Ruckzuck hat Doro ein Buch über einen Flughafen herausgezogen. Darin sieht man natürlich auch ein Flugzeug und einen Piloten im Cockpit. Ein Buch über Bundeskanzlerin zu finden, ist wohl etwas schwieriger. Doro nimmt einige Bücher aus dem Regal, blättert in jedem Buch kurz herum, stellt dann aber alle Bücher wieder zurück ins Regal. Marie ist ein bisschen traurig. Gibt es denn gar kein Buch über ihren Traumberuf? Doch dann sagt Doro plötzlich, ah, nur so zu sich selbst. Und sie holt ein schönes, großes Buch aus dem Regal, in dem tolle Bilder von einer großen Stadt zu sehen sind. Schau mal, Marie, das ist ein Buch über Berlin, unsere Hauptstadt, sagt Doro und blättert ein bisschen in dem Buch herum. Als sie auf einer Seite ankommt, auf der ein sehr großes, weißes Haus abgebildet ist, erklärt sie Marie, das ist das Gebäude, in dem die Bundeskanzlerin arbeitet. Und wenn du mal hier durch das Fenster schaust, siehst du sie an ihrem Schreibtisch sitzen. Marie nimmt das Buch und hält es ganz dicht vor ihre Augen. Und wirklich, in dem riesigen Haus gibt es sehr, sehr viele Räume und im obersten Stockwerk arbeitet in einem großen Büro eine kleine Frau an einem Schreibtisch. An diesem Schreibtisch möchte Marie auch einmal sitzen. Koray und Marie bedanken sich bei Doro und dann gehen sie zusammen mit Nabil an einen kleinen Tisch und schauen sich ihre Bücher an. Als sich Marie, Koray und Nabil die Bücher zu Ende angeschaut haben, schlägt Nabil vor. Lasst uns doch ein Spiel spielen. Oh ja, das ist eine gute Idee, findet Marie. Welches Spiel wollen wir denn spielen? fragt Koray. Die drei Kinder gehen zu dem Regal, in dem die Kinderbrettspiele liegen. Es sind zwar keine Millionen, aber wirklich sehr viele. Sie schauen sich alle Spiele an. Dann schlägt Nabil vor. Wollen wir Memory spielen? Ach nee, mein Gehirn ist heute schon so voll. Ich kann mir nichts mehr merken, antwortet Marie. Wie wär's mit Monopoly Junior? fragt Koray. Ach, das spielen wir ja bis Weihnachten, wendet Marie ein. Dann schlag du doch mal was vor, sagt Koray ein bisschen zickig. Marie lässt noch einmal ihren Blick über alle Spiele im Regal schweifen und dann sticht ihr zum Glück genau das Richtige ins Auge. Billy Biba! Ja! rufen Koray und Nabil wie aus einem Mund und freuen sich. Sie holen den Spielkarton vorsichtig aus dem Regal und legen ihn auf ihren kleinen Tisch. Die drei Bücher über ihre Lieblingsberufe legen sie kurz zur Seite, denn sie wollen sie später noch ausleihen und mit nach Hause nehmen. Als der Tisch freigeräumt ist, bauen die Kinder das Spiel auf. Koray bastelt die Teile für den Biberdamm zusammen, in denen sie dann gemeinsam sehr vorsichtig die kleinen Baumstämme übereinander stapeln. Dabei muss man schon aufpassen, dass die kleinen Plastikstämme nicht gleich wieder alle durcheinander fallen. Zum Schluss schnappt sich Nabil den kleinen Spielzeugbiber aus Plastik. Er schaltet ihn mit dem Knopf ein und stellt ihn vorsichtig oben auf den Stapel mit den Baumstämmen. Marie und Koray sind ein bisschen eifersüchtig auf Nabil. Sie hätten selber auch gerne den Biber eingeschaltet. Aber das können sie ja noch bei den nächsten Spielrunden machen. Dann geht das Spiel los. Koray ist der Jüngste und darf anfangen. Das ärgert Marie ein bisschen, weil Koray nur einen Monat jünger ist als sie. Aber egal. Koray nimmt den kleinen Holzstab und muss nun damit einen kleinen Plastikbaumstamm aus dem großen Haufen herausschieben, ohne dass der Stapel zusammenbricht und der kleine Biber herunterfällt. Zu Beginn ist das noch nicht so schwer. Aber je mehr Plastikbaumstämme fehlen, desto gefährlicher wird es. Als Koray fertig ist, geht es im Uhrzeigersinn weiter. Nabil schiebt mit dem Stab einen weiteren Baumstamm aus dem Stapel heraus. Alles gut. Dann ist Marie an der Reihe. Auch sie meistert die Aufgabe ganz leicht. Danach kommt Koray wieder dran, dann Nabil und dann wieder Marie. Als schon sechs Baumstämme fehlen, beginnt der Stapel gefährlich anzuwackeln. Dann ist Koray wieder an der Reihe. Er nimmt den kleinen Stab, sucht sich einen Baumstamm aus und schiebt ihn ganz langsam aus dem Stapel heraus. Kaum ist der Baumstamm draußen, passiert es. Der Stapel fällt zusammen und alle kleinen Baumstämme poltern krachend auf den Tisch. Und auch der kleine Plastikbiber fällt auf den Tisch und fängt an zu schimpfen. Das ist so witzig, dass die drei Kinder laut lachen müssen. Und der kleine Biber schimpft immer weiter und die Kinder können gar nicht aufhören zu lachen. Das Spiel macht so viel Spaß. Da kommt auf einmal eine fremde Frau an den Tisch zu Marie, Koray und Nabil. Sie sieht ziemlich verärgert aus. Das ist hier eine Bibliothek. Da ist man leise, sagt die Frau pikiert. Und dabei bekommt sie kaum ihren Mund auf und die Haut in ihrem Gesicht spannt sich ganz komisch. Und sie schaut die Kinder aus ihren kleinen Äuglein böse an. Sofort hören Marie, Koray und Nabil auf zu lachen. Koray findet als erster die Worte wieder. Entschuldigen Sie bitte, sagt er leise. Wir spielen nur ein Spiel. Eine Bibliothek ist zum Lesen da. Er widert die Frau und geht dann wieder weg. Wir müssen jetzt wohl ein bisschen leiser sein. Sagt Nabil. Und ich schalte besser den Biber aus, sagt Marie traurig. Ohne das Schimpfen des Bibers macht das Spiel dann nur noch halb so viel Spaß. Als Marie, Koray und Nabil ihr Spiel gerade wieder eingepackt haben, kommt Sophie mit ihrer Oma in die Kinderbücherei. Nabil kennt Sophie von seinem Sportverein. Die beiden gehen in dieselbe Turngruppe. Und vom Schulhof kennen die drei Kinder Sophie auch. Denn Sophie geht in die Klasse 1a. Sophies Oma wohnt eigentlich in einer anderen Stadt weiter weg und ist gerade zu Besuch da. Sophie braucht wieder neue Bilderbücher und Lesebücher für zu Hause. Und sie freut sich, dass ihre Oma mit in die Stadtbücherei gegangen ist. Die vier Kinder begrüßen sich und Sophies Oma stellt sich vor. Hallo ihr Lieben, ich bin Sophies Oma. Ihr könnt mich auch gerne Oma Gitti nennen. Oma, liest du mir etwas vor? Fragt Sophie. Dürfen wir auch zu hören? Fragt Nabil. Aber gerne doch, antwortet Oma Gitti. Ich habe aber meine Brille vergessen, dann kann ich die kleinen Buchstaben nicht so gut lesen. Am besten sucht ihr euch ein Märchenbuch aus. Die Märchen kenne ich fast alle auswendig. Die hat mir schon meine Oma immer vorgelesen. Ja gut, sagt Sophie und die vier Kinder gehen zu dem Regal mit den Märchenbüchern. Als sie die Bücher im Märchenregal durchstöbern, kommt eine große schlanke Frau auf die vier Kinder zu. Sie lächelt die Kinder freundlich an und sagt dann etwas verträumt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann fängt die Frau leise an zu kichern. Hihihihi. Und sie geht wieder weg. Marie, Sophie, Koray und Nabil schauen sich verwundert an. Es gibt schon ein paar komische Erwachsene, aber das denken sich die Kinder nur. Laut sagt man das nicht. Wollen wir Schneewittchen raussuchen? Fragt Sophie. Hihihihi. Nee, nix mit Prinz, Prinzessin und Küssen. Wendet Koray ein. Wie wär's mit Rotkäppchen und der böse Wolf? Schlägt Marie vor. Darauf können sich die vier Kinder einigen. Sie finden dann auch schnell im Regal ein Buch, auf dem vorne ein kleines Mädchen mit einer roten Kappe auf dem Kopf abgebildet ist. Das Mädchen hält einen Korb mit einer Flasche Wein darin in der Hand. Hinter einem Baum hat sich am Wegesrand ein Wolf versteckt und schaut das Rotkäppchen böse an. Sofort bringen die Kinder das Buch zu Sophies Oma. Ach, Rotkäppchen, ein schönes Märchen. Aber ist das denn nicht viel zu spannend für euch? Fragt die Oma. Aber Oma, das ist doch alles nur erfunden. Sagt Sophie und rollt mit ihren Augen. Na gut, dann setze ich mich hier in den Sessel und ihr könnt euch um mich herum setzen. Sagt die Oma. Sophie setzt sich an die eine Seite ihrer Oma und kuschelt sich an ihren Arm an. Schnell setzt sich Nabil an die andere Seite der Oma und kuschelt sich an den anderen Arm. Gerne würde Nabil sich auch einmal an seine eigene Oma ankuscheln. Aber Nabil kennt seine Oma nur über Skype. Weil Sophies Oma jetzt keine Seite mehr zum Ankuscheln frei hat, setzen sich Marie und Koray einfach vor sie auf den Boden. Hoffentlich kann ich ohne Brille alle Wörter richtig erkennen, sagt Sophies Oma. Sie schlägt das Buch auf und fängt an zu lesen. Rotkäppchen und der böse Wolf. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein kleines Mädchen in einem kleinen Bad. In einer kleinen Stadt, verbessert Sophie ihre Oma. Wie? fragt die Oma, kneift ihre Augen zusammen und schaut noch einmal in das Buch hinein. Dann sagt sie, ach ja, stimmt, in einer kleinen Stadt. Sophies Oma liest weiter. Das Mädchen hatte eine liebe Großmutter, die schenkte ihm für ihren hübschen Kopf eine rote Pappe. Pappe? fragt Marie ungläubig. Ach nein, Kappe, verbessert sich die Oma selbst und fährt fort. Das Mädchen trug von da an die rote Kappe jeden Tag auf seinem Kopf und hieß für alle nur noch das Rotmäppchen. Da müssen die vier Kinder lachen und rufen zusammen, Rotkäppchen. Ach, natürlich, bestätigt die Oma, warum hab ich auch nur meine Brille vergessen? Und sie fährt fort. Eines Tages sprach die Mutter zum Rotkäppchen. Mein liebes Kind, geh zu deiner Großmutter und bring ihr dieses Stückchen Kuchen und diese Flasche Bein. Wein, rufen die vier Kinder und müssen lachen. Auch Sophies Oma lacht, schüttelt ihren Kopf und liest weiter. Das Rotkäppchen machte sich also auf den Weg zur Großmutter und als es in den Wald hineinkam, begegnete ihm der Rolf. Der Wolf, rufen die Kinder und prusten los vor Lachen. In diesem Augenblick kommt Korais Mutter in die Kinderbücherei und sagt, Hallo, Korai und Marie, habt ihr euch alles zum Ausleihen ausgesucht? Wir müssen gleich nach Hause. Der Leseclub ist vorbei. Hier sucht sich noch schnell ein Übungsbuch für Mathe aus und dann treffen wir uns gleich alle an der Ausleihtheke. Och, schade, sagt Korai. Es ist gerade so lustig. Marie würde auch gerne noch bleiben, aber sie will sich noch eine neue DVD von Mie & Mie ausleihen. Deshalb verabschiedet sich Marie von Nabil, Sophie und Sophies Oma und geht zum DVD-Regal. Korai möchte sich noch zwei oder drei Hör-CDs von den drei Fragezeichen-Kits heraussuchen. Darum verabschiedet auch er sich, bedankt sich bei Sophies Oma für das lustige Vorlesen und geht zum CD-Regal. Schnell haben dann Marie und Korai gefunden, was sie suchen und gehen zusammen zur Ausleihtheke. An der Ausleihtheke gibt es eine Schlange. Es ist wieder viel los in der Stadtbücherei. Geduldig warten Marie und Korai, bis sie an der Reihe sind. Korais Mutter und Schwester stehen schon vorne am Ausleih-Tisch und packen ihre ausgeliehenen Bücher in die Tasche. Korais Mutter wirft Korai noch einen schnellen Blick zu und deutet ihm an, dass sie und Nehia an die Garderobe gehen und dort warten. Es geht ruckzuck weiter in der Schlange und dann sind Marie und Korai auch schon dran. An der Ausleihtheke arbeitet nun Doro. Sie freut sich sehr, Marie und Korai noch einmal wiederzusehen. Hattet ihr heute viel Spaß in der Bücherei? fragt Doro. Oh ja, antwortet Korai. Die Oma von Sophie hat uns Rotkäppchen vorgelesen und weil sie ihre Brille vergessen hat, hat sie manche Wörter falsch gelesen. Das war super witzig, sagt Marie und sie legt dann ihre Bücher und die Mia in Mi DVD zum Abscannen auf den Tisch. Und noch einmal vielen Dank, dass du uns die Bücher zu unseren Lieblingsberufen herausgesucht hast, bedankt sich Marie bei Doro. Wenn ich Pilot bin, fliege ich dich hin, wo du willst, verspricht Korai Doro. Na, dann fliegen wir zusammen nach Forte Ventura, lacht Doro. Während Marie ihre Sachen schon in die Tasche einpackt, scannt Doro die Bücher und CDs von Korai ein. Kommt ihr nächsten Monat wieder zur Vorlesestunde? fragt Doro. Na klar, das hoffe ich doch, antwortet Korai. Ich sage meiner Mutter nachher gleich Bescheid, dass sie uns dafür anmelden soll, verspricht Marie. Als auch Korai seine Sachen in der Tasche verstaut hat, verabschieden sich die Kinder von Doro. Dann gehen Marie und Korai zur Garderobe, wo Korais Mutter und seine Schwester schon auf sie warten. Nehia hält einen wunderschönen Origami-Schwan in der Hand. Den hat sie im Leseclub aus einem bunten Glanzpapier gefaltet. Das ist richtig schwierig. Dürfen wir nächsten Monat wieder zur Vorlesestunde? fragt Korai sofort seine Mutter. Natürlich, bestätigt die Mutter und Korai macht vor Freude einen Luftsprung. Als sie dann alle die Bücherei verlassen, denkt Marie an ihre neue Miami-DVD. Und sie hofft, dass sie die DVD schon heute Abend vor dem Schlafengehen anschauen darf. Aber dieses Mal wird Marie die DVD-Scheibe sofort danach wieder in die Hülle zurücklegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017